Elektrische Rasierer sind um einiges praktischer als die klassischen Klingenrasierer, doch welcher elektrische Rasierer ist der beste im Jahr 2024? Welcher ist am besten für eure Bedürfnisse ausgelegt und wer überzeugt vor allem durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis? Diesen Fragen wollen wir uns in diesem Video einmal widmen, indem wir uns die unserer Meinung nach 5 besten elektrischen Rasierer aus 5 unterschiedlichen Preisklassen anschauen. Hier sollte auf jeden Fall was für euch und eure Ansprüche dabei sein, also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Rasierer mit den wichtigsten Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen. Schaut euch auch gerne nach dem Video unten in der Videobeschreibung um, dort haben wir nämlich alle 5 Rasierer mit dem tagesaktuellen Preis und der Möglichkeit sie zu bestellen auch verlinkt. Lasst uns nun aber gleich mit dem ersten und auch günstigsten Elektrorasierer aus dem Vergleich starten. Vorstellen möchten wir euch den Series 3000 von Philips. Dieser relativ leichte 350 Gramm Rasierer bietet eine praktische und komfortable Rasur. Verbaut hat das Modell freischwingende und flexible 5D Rasierköpfe. Mithilfe des Powercut-Systems schärfen sich die Klingen des Rasierers selbst. Dies sorgt für immer perfekte Schnittergebnisse auch nach jahrelanger Benutzung des Rasierers. Durch den Akku ist hier eine 60 Minuten Rasur möglich und zwar sowohl trocken als auch nass. Denn dieser Rasierer ist wasserfest und kann auch nach der Benutzung ganz einfach mit Wasser abgespült werden. Die drei Stufen Akkuanzeige über LED-Lichter an der Vorderseite, der versenkbare Trimmer und auch der Gummigriff vereinfachen einem die Bedienung im Alltag. Dazu kommt das Modell im Lieferumfang auch mit einer praktischen Stand-Ladestation sowie einer praktischen Reisetasche. Und das alles zu einem sehr erschwinglichen Preis von noch unter 100 Euro. Wenn ihr euch zum Philips Series 3000 noch informieren oder dieses starke Modell aus der Einsteigerklasse vielleicht auch gleich bestellen wollt, schaut gerne mal über den ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Aus der nächsten Preisklasse möchten wir euch den Panasonic ES-LV67 vorstellen. Ein 5-Klingen Nass- und Trockenrasierer mit Akku und vielen sonstigen Funktionen. Das Besondere an diesem Modell wie gesagt die 5 verschiedenen Edestahlklingen, welche ebenfalls flexibel sind und aus japanischem Messerstahl bestehen. Nicht nur die Klingen selbst können in verschiedene Richtungen bewegt werden, sondern auch der Multi-Flex-Kopf bietet eine 360 Grad Beweglichkeit für noch mehr Komfort und das Rasieren selbst schwer erreichbarer Stellen. Zudem hat das Modell einen speziellen Bartsensor verbaut. Dieser kann den Bartwuchs in Echtzeit ermitteln und die Leistung dementsprechend anpassen. Wenn beispielsweise mehr Bartwuchs an einer Stelle vom Rasierer erkannt wird, dann schraubt das Modell die Leistung dementsprechend hoch und wenn weniger Bartwuchs an einer Stelle ist, dann wird diese Leistung runtergedrosselt, um Energie zu sparen und die Akkuleistung zu verbessern. Der Akku hält hier ungefähr eine Stunde mit einer vollständigen Ladung. Er hat sogar aber auch eine 3 Minuten Schnellladefunktion dabei, wodurch er in kürzester Zeit wieder einsatzbereit wird. Das wasserdichte Design des Rasierers ermöglicht eine Trocken- und Nassrasur, sowie auch eine einfache Reinigung des Modells nach dem Rasieren unter Wasser. Zudem müssen wir erwähnen, dass das Modell dank Linearmotoren nicht nur äußerst leistungsstark, sondern vor allem auch vibrationsarm ist und damit in Kombination auch mit dem Multi-Flex-Kopf für eine besonders sanfte Rasur sorgt. Wenn ihr euch noch weiter zu diesem starkem Modell von Panasonic informieren oder den Panasonic Rasierer direkt bestellen wollt, könnt ihr dies nun über den zweiten Link in der Videobeschreibung tun. Das Modell aus der dritten Preisklasse ist ebenfalls ein Panasonic Rasierer. Es handelt sich um den Series 900 Pro. Dieses verbesserte Modell von Panasonic kostet ungefähr doppelt so viel wie der eben vorgestellte Panasonic Rasierer. Dafür kommt er sogar mit einer Klinge mehr und vielen starken sonstigen Funktionen. Die sechs langlebigen, nano-geschärften Klingen bestehen aus japanischem Edelstahl und sind mit einer Folie ausgestattet, um eine minimale Anzahl von Zügen zu gewährleisten. Der ultraschnelle Motor des professionellen Panasonic Rasierers kann bis zu 84.000 Schnittbewegungen pro Minute erzeugen und sorgt damit für eine besonders schnelle und glatte Rasur. Nur ein Modell in diesem Vergleich ist noch leistungsstärker und zwar der Philips Rasierer aus der fünften Preisklasse. Lasst uns jetzt aber erstmal noch beim Panasonic Series 900 Plus bleiben. Dieses Modell hat wie gesagt eine sehr starke Schnittleistung, sechs verschiedene, auch flexible Klingen sowie auch den Flexkopf, durch den die Beweglichkeit noch einmal zusätzlich verstärkt wird. Zudem wurde hier generell auf ein sehr hochwertiges und ergonomisches Design bei dem Rasierer geachtet, was dafür sorgt, dass man auch unebene und schwierig zu erreichbare Stellen sehr einfach rasieren kann. Auch dieser Rasierer von Panasonic ist natürlich für eine Trocken- als auch Nassrasur geeignet, besitzt ebenfalls den Bartdichten Sensor, den wir euch beim ersten Panasonic Modell gerade schon vorgestellt haben, hat einen klappbaren Langhaarschneider dabei und kommt mit einem starken Lieferumfang inklusive Reise-Etui und Ladestation. Das Besondere an diesem Modell ist vor allem seine hochwertige Leistung und für diesen Preis bekommt man kaum ein leistungsstärkeres Modell auf dem Markt, welches auch so durch seine hochwertige Verarbeitung, die sechs Edelstahl klingen und solche Sonderfunktionen wie beispielsweise den reaktiven Bartsensor überzeugen kann. Alles weitere zum Panasonic 900 Plus über den dritten Link in der Videobeschreibung. Als viertes möchten wir euch das Premium-Modell von Braun vorstellen, den Braun Series 9 Pro. Der Series 9 Pro kommt mit fünf verschiedenen synchronisierten Rasierelementen. Diese sind äußerst scharf und ebenfalls alle flexibel und erreichen so alle möglichen Stellen. Vor allem, weil der Rasierkopf selbst auch noch einmal beweglich ist. Zudem überzeugt der Scherkopf durch die neue ProLift Trimmer-Technologie. Dieser wurde dafür entwickelt, selbst hartnäckigste Haare sanft zu erfassen. Er kann die Haare leicht anheben und dann so kurz wie möglich abschneiden. Für eine noch präzisere Rasur ist hier auch der extra Präzisionsschalter aktivierbar. Dieser fixiert den sonst flexiblen Scherkopf für eine noch bessere Kontrolle. Aber nicht nur der ProLift Trimmer, der Präzisionsschalter und die fünf flexiblen Klingen sorgen für eine besonders präzise Rasur, welche Haare bis 0,05 mm Länge schneiden können, sondern dabei hat das Modell auch noch eine Autosense-Technologie, die die Leistung an die Dichte des Bartes anpasst. Ähnlich also wie die Bartsensor-Technologie von Panasonic. Des Weiteren verfügt das Modell auch über die Braun-Sonic-Technologie. Dies ist eine einzigartige Vibrationstechnologie, wodurch das Modell ganz sanft noch mehr Haare erfassen kann. Mit bis zu 10.000 Mikrovibrationen pro Minute erreicht das Modell selbst die feinsten Haare und bleibt dabei jederzeit außergewöhnlich sanft. Auch zu erwähnen ist beim Braun S9 Pro die leistungsstarke Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten. Aufgeladen ist das Modell aber auch mit der Schnellladungsoption innerhalb von nur fünf Minuten und kann dann für ein paar Rasuren direkt wieder eingesetzt werden. Im Lieferumfang ist hier unter anderem auch eine einzigartige Ladestation und ein Etui zum Reisen enthalten. Der Braun Series 9 Pro ist, wie wir eben schon gehört haben, vor allem auf eine besonders sanfte und gründliche Rasur ausgelegt. Und dass dies sehr gut funktioniert, können auch die allermeisten Kunden bestätigen. So wurde das Modell bei über 3.100 abgegebenen Stimmen mit 4,5 von 5 Sternen bewertet. Alles weitere zum Braun Rasierer über den vierten Link in der Videobeschreibung. Bleibt jetzt aber auch noch kurz dran, denn als fünftes und letztes möchten wir euch den hochwertigsten bzw. vor allem leistungsstärksten elektrischem Rasierer vorstellen. Aus der fünften Preisklasse den S9000 Prestige von Philips. Dieser bringt es auf die, wie gesagt, stärkste Schneideleistung mit bis zu 150.000 Schneidevorgängen pro Minute. In Kombination mit den 72 selbstschärfenden Klingen, die hier verbaut sind, wird eine besonders glatte Rasur ermöglicht. Die selbstschärfenden Klingen sind mit Nanopartikeln verstärkt und haben extra scharfe und langlebige Klingen für eine extrem hohe Präzision. Auch wurden diese Klingen optimal positioniert, um einen möglichst präzisen Schnitt ohne Ziepen oder unangenehme Gefühle zu gewährleisten. Das hochpräzise Federungssystem der einzelnen Schnittelemente und auch der dreiteilige flexible Scherkopf an sich sorgen dafür, dass man ganz sanft an alle möglichen Stellen herankommt. Mit dem Lift & Cut System, welches der ProLift Trimmer-Technologie von Bosch ähnelt, können die rasierten Haare leicht angehoben werden, um sie bis zu 0,00 Millimeter Hautnähe abzuschneiden. Obendrauf kommt hier noch die sogenannte Hydro Skin Glide Beschichtung des Rasierers, welcher für ein nochmal sanfteres Gleiten auf der Haut sorgt. All diese Funktionen sorgen dafür, dass hier wie gesagt ein besonders präzises und auch hautnahes Rasieren möglich wird. An Bord hat das Modell auch einen Power Adapt Sensor, welcher die Bartdichte bis zu 500 Mal pro Sekunde scannen kann und die Leistung dann dementsprechend anpasst. Weitere Funktionen des S9000 Prestiges sind die Nassrasur und auch die Möglichkeit das Modell unter Wasser zu reinigen, das bequeme Aufladen per kabellosem Qi-Ladepad und auch die persönlichen Komforteinstellungen. Denn am S9000 Prestige lässt sich die Geschwindigkeit auch noch individuell regeln und so perfekt an die eigene Haut und die eigenen Vorlieben anpassen. Auch sehr lobenswert finden wir die digitale Akkuanzeige mit Ziffern von 1 bis 100, sodass man hier ganz präzise weiß, wann der Akku wieder geladen werden muss. Obendrauf ist das Modell auch noch in einem sehr großem Set inklusive Nasentrimmer und Bartstyler sowie Premium Etui, Reinigungsbürste und kabellosem Ladepad erhältlich. Ein echt starkes Modell also, zu dem wir absolut raten können, wenn ihr auf der Suche nach einem besonders leistungsstarken, langlebigen, qualitativen und schonendem Rasierer seid. Alles weitere zu diesem Modell über den fünften Link in der Videobeschreibung. Ja, fünf verschiedene Modelle aus fünf verschiedenen Preisklassen, aber was ist denn jetzt unser persönlicher Favorit? Wie wir schon gesagt haben, wer das Geld hat, der sollte sich, wie wir finden, entweder für den Brown Series 9 Pro oder den Philips S9000 Prestige entscheiden. Unser Lieblingsmodell aus der Einsteigerklasse ist aber ganz klar der Panasonic ESLV67. Ihr müsst natürlich aber euren persönlichen Favoriten herausfinden, dafür haben wir euch wie gesagt alle Modelle nochmal unten in der Beschreibung verlinkt.